Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Bäh! Hei Hitler! Hei Hitler! Du hast gewollt, du wirst jetzt aber vollkommen, aber vollkommen. Dieses Haus war ein Haus für Flüchtlinge und wird wird jetzt kaputt gemacht. Heute machen wir Jutebeute und wir beide zeigen euch, wie ihr das Zuhause alleine nachmachen könnt. Und zwar mit Hilfe des berühmten Kartoffeln rums. Ganz wichtig! Kartoffeln! Deutsch! Genau, wir haben schon was vorbereitet. Hier zum Beispiel ein Herz oder hier ein P. Sieg, hei! Sind das die Bullen? Niese Negerin! Was? Ja, Mann! Ich hör euch da drin! 2009? Demo vom Flüchtlingsheim. Beide besoffen, nachts im Keller. Ach ja, scheiße! Ja, allerdings. Du graz, Äschlecht. Warte mal. Das ist deine Tochter. Lara? Das ist der Wichser, der sich nicht mehr gemeldet hat nach dem Äschlechten Sex. Hallo, was ist denn das jetzt? Ich habe mich sechs Jahre lang um sie gekümmert. Jetzt bist du dran. Wie, was? Ich bin dran! Ab nächste Woche fängt die Schule wieder an. Du machst ihr was zu essen und bringst sie ins Bett. Vorlesen. Lesen kannst du doch, oder? Und Sachen zum Wechseln. Oh, Mama! Lara! Ab heute nervst du den Papa, okay? So, jetzt kann ich. Hey, 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 hey! Was ist mit dir? Ich werde abgeschoben. Aus deiner raus. Kennst du doch, oder? So. Ja, ich bin auf dem Weg. Hab ich schon gesagt. Warum stetsst du denn immer so? Was? Thomas? Halt mal! Stopp! Was ist das? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist angeblich meine Tochter. Wie heißt du? Ich heiß Lara. Ich bin sechs. Lara, ähm, du kannst hier nicht bleiben. Das geht nicht. Deine, deine Mama, die muss ich wieder mitnehmen. Mama fliegt nach Eritrea. Wer ist das? Das ist Adolf Hitler. Warum guckt er so traurig? Der Führer guckt nicht traurig, klar? Wohl. Der guckt nicht traurig, der guckt nachdenklich. Der hat sehr viel nachgedacht früher. Worüber? Deutschland. Warum? Negerkind. Frag nicht so viel Scheiße, Mann. Das nervt. Hm? Ihr seid Nazis, ne? Ich bin ein Henri. Ja, Mann. Du bist ja sie. Das ist ja der Glanze, nicht. Mannmann. Dich. Du bist ja. Untertitelung des ZDF, 2020